Ich bin Claudia Miem und habe die Firma Trostworte. Ich bin Trauerrednerin und Trauerbegleiterin. Das heißt, Sie können mich als freie Trauerrednerin buchen, aber auch jeder Bestatter kann mich buchen, ähnlich wie ein Pastor. Halte ich die Trauerreden am Tag des Abschieds eines Verstorbenen, mache auch Trauerbegleitung für verwaiste Eltern und andere Trauernde und biete Seminare an für Firmen, wo ein Mitarbeiter verstorben ist, sei es durch Suizid, Herzinfarkt oder Unfalltod, wo die Mitarbeiter nicht vorbereitet waren und denen es schwerfällt, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Da biete ich ein Tagestrauerseminar an, um dem Raum und Zeit zu geben, damit die Mitarbeiter wieder gestärkt an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können. Weil ich eine professionelle Rednerin zusätzlich bin und das so ausschmücke, dass eine Rede und ein Seminar nicht langweilig wird und nicht nur traurig wird, sondern ein Verstorbener hinterlässt auch immer viel Humor. Und einen Humor zu benennen, ist meine Aufgabe. Und man soll weinen, man soll trauern, aber man soll auch den Humor nicht vergessen. Und es ist meine Aufgabe, den Hinterbliebenen so darzustellen, dass er vom inneren Auge entsteht, wie er war. Und die meisten hinterlassen auch viel Humor. Ich bist zur ersten Mal, äi, wo man sollst. Ich brauche despertar, den Tre trabajar in die USénom. Ja, bis billigt. Ja. Das war man kann schon mit Jimrast go, weil wir es bei uns Jonken gewinnen.